Hallo, jetzt zeige ich euch unseren Außenbereich auf hundeurlaub.de mit 700 Quadratmeter. das gesamte grundstück ist vollkommen eingezeugt und da wir selber hunde haben haben diese auch keinen direkten kontakt hier ist unsere sitzecke da ist der eingag das fachwerkhaus wird derzeit nicht vermietet und man kann auch hier hinten raus gehen dann kommt man auch direkt in den wald derzeit sind die schafe hier eingezäunt wir befinden uns hier im wohnbereich und im essbereich mit küche anschließend dann kommen wir ins bad mit einer dusche das ist unser wohnzimmerbereich mit einem fernseher und der kinderzimmerbereich mit blick zum garten hier können zwei kinder bequem schlafen dieses bett ist ein auszieht mit einem auszieht dann kommen wir in den schlafzimmerbereich unser kleines bad und unser wohnzimmer unser schlafzimmer sorry